Hallöchen Lutschergen, ich begrüße euch wieder recht herzlich zu Baldur's Gate 3 im Let's Play hier bei eurem Bombardier. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben gerade ein bisschen Rast gemacht und jetzt geht's hier weiter. Wir haben zuletzt ja diese Gedankenverschlinger hier besiegen können. Diese zwei Stück. Mal gucken. Haben leider keinen Loot dabei. Schade Schokolade, da ist ein entführter Adliger am Boden. Lass uns den mal. Rapier, grüne Weinbären, Gold. Nice, nice. Zwei Lagervorräte. Okay. Ich glaube, wir schauen uns erstmal in diesem Schiffchen hier noch weiter um, oder? Das sieht mir... Das sieht mir sehr spannend aus. Da ist er vor allem ein toter Gedankenschinder. Trank der Geschwindigkeit, leeren Knolle, ätzende Knollen. Nehmen wir alles mit. Alles meins, meins, meins. Okay. Da ist ein Portal. Alter Siegelkreis. Ich berühre das Ding. Knöpfe drücken, Sachen berühren. Das ist immer lustig. Oh. Hallo Arm. Dich mit der Markie des Siegels verbinden und sie dann bitten, sich zu beruhigen. Kriegen wir hin, oder? Ja, locker. Ja, locker. Locker, flockig. Easy peasy. Alles. Hopp. Ah. Guten Tag. Gale. Das ist Gale. 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 Sag mal, wie seid ihr eigentlich in diesen Stein gelangt? Nun ja, ich bin gefallen. Also eigentlich habe ich das Schiff übernommen, es sicher gelandet und den Tag gerettet. Das vaste, burning wreckage behind you somewhat contradicts your story, but here you stand, so who am I to argue? Still, swashbuckling heroics aside, I have the unfortunate suspicion your survival is still very much in jeopardy. Back on the ship, you too were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region, were you not? Ja, sprechen Sie weiter. The insertion we speak of, this parasite, are you aware that after a period of excruciating gestation it will turn us into mindflayers? It's a process known as Cereomorphosis and let me assure you, it is to be avoided. Moment, wir haben doch eine Klerikerin dabei. Also pass mal auf, mein Schutzpatron hat mir viele Gaben geschenkt, aber Larvenextration gehört nicht dazu. Ich kann uns nicht von unseren Parasiten befreien. As we've established few enough can. It's not exactly a common affliction. We're most certainly going to need a healer. And soon too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Ja, warum eigentlich nicht? Der unterstützt uns. Wir können ihn für unsere Zwecke nutzen. Wir haben Gehl. Gehl hat ein Level Up. Gehl ist ein Magier. Cool. Magisches Geschoss. Strahl der Übelkeit. Muss ich das Ziel dann übergeben oder Vertrauten finden? Oh. Person bezaubern. Federvall. Sprühende Farben. Chromatische Kugel. Alter. Zaubern ist schon toll in diesem Spiel. Ich nehme mal den Vertrauten. Ah, das ist jetzt ein Wegpunkt. Cool. Hier sind Goblins, die nicht mehr am Leben sind. Ich würde gerne noch die andere Richtung auch sehen. Ausrüstung. Ja, der gute Mann hat Ausrüstung. Okay, jetzt muss ich mal... Alter Schwede, das ist ja jetzt schon riesig hier, ne? Wahnsinn. Den hauen wir weg. Den hauen wir weg. Eigentlich sollte ich doch wütend sein, oder? Oh. 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 Ich möchte mich auf seine Gedanken konzentrieren. Kritisch. Ne, nicht kritisch. Ich möchte dagegen ankämpfen. Nein, ich möchte nicht, ich möchte es nicht küssen. Hahaha, kritisch. Das Monster liegt, verabschiedet, verabschiedet. Seine Augen, blöde orange, radiate malice. Schön, grausam, aber schön. Alter Schwede. Okay, hier sind wir, glaube ich, hergekommen, aber da hätten wir noch hochgehen können. Astarion. Ich weiß aber nicht, soll man auch mal, ich mach mal Quicksafes, ne? Man weiß nie, falls wir draufgehen sollten. Na, erstmal ganz kurz hier, hier runterschauen, was da... Okay, hier seh ich nichts. Na, kannst du selber keen? Hey, ey, 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 ey. Wir rollen uns schnell weg. Jawoll. Die Würfel sind heute auf unserer Seite. Steck erstmal das Messer weg, dann können wir vielleicht reden. Du sprachst. Ich kann... Ah! Dein Geist dreht. Du schaust aus unbekannten Augen, schlägt, schwarzen, wunderschönen Straßen. Du versuchst, die Erinnerung zu halten, aber es fadet zu dem Wurm. Das Licht. Das Angst. Was war das? Was ist passiert? Ich bin weg. Tja, mein guter, das ist der Wurm der Gedankenschinder. Er verbindet uns. Ne, warte, steck erstmal dein Messer weg, dann sag ich euch alles. Ja, es ist ja wunderbar, dass wir uns nun freundlich gesonnen sind. Ja, guten Tag, ich bin auch Balduria. Ja, leider, sie machen uns zu Gedanken schindern. Habt ihr gesehen? Ich glaube das ist ein Vampir. Er hat Zähne wie ein Vampir und hier hat er zwei Bissstellen. Also, eine Bissstelle. Kontrollieren, loswerden müssen wir sie! Na gut, dann komm doch mal mit. Du weißt, ich war bereit, das alleine zu gehen. Aber vielleicht mit der Herd zu stecken ist das nicht so eine gute Idee. Und du siehst du wie eine sinnvolle Person zu wissen. Alles klar. Ich akzeptiere. Lied auf. Cool. Gefährten, Gefährten, Gefährten! Das ist ja ein Traum. Ein Schurke. Okay, hier müssen wir nichts machen. Der steigt einfach so auf. Nice. Gut. Ähm. Warum? Warum? Verängstigtes Wildschwein? Da. Oh, ich kann doch jetzt mit Tieren sprechen, ne? Warte. Keine Angst, ich tu dir nichts. Schade. Ich dachte, wir würden jetzt hier einen Begleiter bekommen. Schweine, die Wildsau. Das wäre was gewesen, oder? Oh, das ist Balsam für die Seele hier. Ich möchte mich auf jeden Fall genau umschauen. Es ist... Es tut mir leid. Ich weiß, da könnte jetzt gar nichts sein, aber... Ich habe dafür bezahlt, also will ich auch alles sehen. Ach, guck mal. Ein toter Intellektverschlinger nochmal. Ohne Loot. Ich glaube, die haben nie Loot. Ne, eigentlich nicht. Tschüss. Ein bisschen Kisten. Diebeswerkzeug. Und... And... And a bottle... Bottle of water. Ah. Wie der... Inder zu sagen pflegt. So, ist sonst noch was hier? Nö. Nö. Abgrund. Hier ist Abgrund. Okay. Let's have a look. Gut. Wir haben das hier gesehen, wo wir noch hingehen... Ah. Wo wir noch hingehen könnten. Moment. So. Da oben ist nämlich noch so ein Gedankenschinder. Ein toter. Ah, wir können auch kraxeln. Öl des Brandstifters. Aha. Und Heiltränke. Cool. Äh, ich... Ich trage jetzt den ganzen Schrott hier, ne? Ich kann 150 tragen. Aber... Eigentlich... Sollte doch... Er hier das Ding bekommen, ne? Das... Oh, er hat schon. Okay. Hat er gerade gesagt, ich soll ihn nicht anfassen? Schön. Schön. Okay. Gut. Dann... Schade, dass man nicht auf der Karte navigieren kann, ne? Das wäre... Wäre cool gewesen. Na gut. Dann gehen wir mal hier hin. Achso. Äh. Der ganze Trupp am besten. Macht Sinn. Wenn der ganze Trupp geht. Lass uns mal hier lang gucken. Was erwartet uns hier? Nicht viel. Da ist der tote Gedankenschinder. Jawoll. Warte mal, können wir hier... Ist da oben was? Ne. Wie? Man... Man kann sich das ja mal angucken. Hätte ja sein können, ne? So, was... Hier ist doch so'n... So'n Schläuchli nach oben. Stopp. Nein! Jaja. Sagen wir jetzt mal... Was ist das für ein komisches Artefakt? Es ist keine Geschichte. Nichts, was du zuhörst. Nur... Vergiss, dass du es nie gesehen hast. Sie will nicht mit der Wahrheit rausrücken, ne? Ah, hier oben geht's auch weiter. Oh! Au! Verdammtes Feuer! Au! Au! Hallo? Brauchst'n Heiltrank? Ne alte Dornenfall, ne? Ne alte Dornenfall, ne? Wo geht's hier lang? Okay. So langsam aber sicher, ne? So langsam aber sicher, ne? Oh, da steht ja... Damais. Oh! Das werdet ihr nicht tun. Zorra war richtig. Yellow als Toad und zweit als ugly. Das Ding ist gefährlich. Leave es für die Goblins zu töten. Und wenn es es geht, wie wird... Oh! Eine Gäste? Dein Skull pounce in response to the prisoners white-hot stare. Her Lipps don't move. Yet you hear her voice. Get rid of them. Täuschen. Diese Kreatur ist gefährlich. Verschwindet und überlasst sie mir. Das klingt doch gut. Das sind so richtig alte Hinterwäldler. Die kriegen das niemals hin. Ha 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 ha. Eine Explosion drückt euch genauer aus. Ähm, sag mal, ich brauche dringend Heilung. Wo liegt denn dieses Lager? Oh! Ah! Kriegen wir trotzdem hin. Nice! Charisma for the win. Sag mal schön, bitte. Never. So. Kurz bumm. Ein Pilz. So, wie kriegen wir jetzt die hier runter? Die Frage ist, wo hängt die denn? Hängt die hier? Ich glaube an diesem Baum. Wir können das Ding angreifen. Ich glaube Astadion hat doch einen Bogen dabei. Jawohl. Ich finde Schattenherz ist ja schon ganz schön rassistisch. Was genau ist eine Krippe? Es ist viele Dinge. Eine Hatcherie. Eine Trainingsgebung. Eine Schutzgebung. Eine Schutzgebung. Eine Schutzgebung. Das Githyanki-Protokoll ist klar. Wenn mit einem Gith-Tadpole infektiviert. Dann müssen wir zu Augustil für die Purification beraten. Aber erst mal so ein schlichtes Danke wäre vielleicht auch ganz nett. Du könntest auch gerne eine Weiber für die Wörmchen beschreiben. Die Begründung, die ich offerte, wird uns bedanken. Hm. Na gut. Reisen wir zusammen und suchen diese Krippe. Du bist voll. Dismiss deinen weaksten Wörter. Ach man. Ich finde Gale eigentlich lustig, aber... Aber Shadowheart kann heilen. Und Gale nicht. Und zaubern kann ich. Ich wage den Kerl, aber... Aber ich glaube, du musst ins Lager, mein Freund. Sie hat die Heilung. Was? Not until I've gotten the measure of her. You've a sharp tongue, Elf. Would that your mind proved its equal. Half Elf. I suppose the final details are lost on a creature like you. Come. The Horned Ones mentioned a camp. One there, this Zoru, has seen Githyanki. A Kresh must be near. We will ask this Zoru where he has seen my kin. Hey, wir haben echt Gefährten jetzt versammelt, ne? Das ist der Wahnsinn. Krass. Also ich habe das ja schon mal zum Teil so ein bisschen gespielt. Im Early Access. Aber ich kann mich tatsächlich gar nicht mehr an das ganze Zeug hier erinnern. Okay. Lass uns mal gucken. Wo ist Norton? Da. Da ist Netti. Und da ist Zoru. Und hier ist nix. Ich höre ne Wildsau, aber... Oh, ein Erdhaufen. Na dann, nimm doch die Schaufel. Grab den Schatz aus. Los. Hm. Jänenohren. Lecker, lecker. Okay, also wir müssen hier abbiegen. Man, man hört Gemurmel. Oder Geschrei, besser gesagt. Ich weiß nicht, ob ich da hin möchte, aber... Was uns dort erwartet, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Denn das war's wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. people like who います. Bis zum nächsten Mal.